Hallo Freunde, willkommen bei einem neuen Netzwelt-Video. Wir schauen uns heute gemeinsam die neue T-Reihe von Ecovacs an. Der T20 Omni ist das, ein neuer Saugwischroboter. Und wie der sich im Alltag bei uns geschlagen hat, das erfahrt ihr jetzt. Mit dem T20 Omni hat Ecovacs seine T-Serie ein bisschen aktualisiert, aufgefrischt. Das ist ja eigentlich die gehobene Mittelklasse. Wenn man sich jetzt das neue Gerät anguckt, mit dieser riesigen Reinigungsstation, die dazugehört, dann geht das Ganze schon in Richtung Oberklasse. Und auch die Funktionen, die wir hier gleich gemeinsam uns anschauen, die lassen sogar teilweise den X1 alt aussehen, wobei das ja eigentlich die Flasche frei von Ecovacs ist. Was ist neu an dem Gerät? Zunächst mal die Reinigungsstation, die kennen wir eigentlich nur von den großen Modellen. Frischwassertank und Schmutzwassertank ist drin. Der Staubbeutel sitzt hier vorne und die Station kümmert sich um alles Mögliche. Sie saugt den Dreck aus dem Saugroboter ab. Sie füllt den Frischwassertank auf, wäscht die Mobs aus und sammelt dann das Schmutzwasser. Neu ist hier im Gegensatz zur X1-Serie, dass der Waschvorgang der Mobs mit Heißwasser geschieht und auch die Trocknung mit Heißluft passiert. Laut Ecovacs soll das unangenehmen Gerüchten vorbeugen. Deswegen wird das hier bei dem Modell so gehandhabt. Bei dem Saugroboter selbst hat sich auch einiges getan. Und zwar, wie bei Ecovacs gewohnt, haben wir hier oben den LiDAR-Sensor, der sich mit Lasernavigation und Co. gut zurechtfindet. Das funktioniert alles wunderbar. Wir haben hier vorne ein Kamerasystem. Hier allerdings die Besonderheit, dass es keine Videofunktion mehr gibt. Die letzte, die T10-Serie sowie die X1-Serie, da konnte man quasi Video streamen und das Gerät auch als Überwachungskamera nutzen. Das ist jetzt bei dem T20 nicht mehr möglich. Die ist also rein für die Objekterkennung, Hindernisvermeidung und das funktioniert im Alltag wunderbar. Überhaupt gar keine Probleme. Der hat sich im Test nicht festgefahren. Mit so ganz kleinen Kabeln kann es Probleme geben, haben andere Modelle aber auch. Die werden mitunter nochmal eingesaugt. Grundsätzlich funktioniert es aber alles super und der navigiert viel sicher durch die Räumlichkeiten. Große Besonderheit ist auf der Unterseite. Und zwar kann dieses Modell, das haben wir zum Beispiel bei dem Roborock S8 Pro Ultra zuletzt gesehen. Ein Hebelmechanismus hat er hinten. Und das ist ganz, ganz super. Nämlich kann er damit in einem Durchgang saugen und wischen. Er fährt auf den Teppich rauf, er hebt diese Wischmobs an. Das heißt, er zieht keinen feuchten Mob über den Teppich rüber. Sobald er den Teppich verlässt, wischt er eben daneben weiter. Bei langflorigen Teppichen kann es ein bisschen Probleme geben, weil die eben diese langen Fasern haben. So weit nach oben kommt er dann nicht. Bei kurzflorigen Teppichen ist das aber kein Problem. Des Weiteren hat Ecovax die Hauptwalze überarbeitet. Die meisten Modelle zuvor haben eine Mischung aus Bürste und Gummilippen gehabt. Und inzwischen setzt der Hersteller nun bei diesem Modell auf eine reine Gummivalze. Hat den Vorteil, da verheddern sich Haare nicht ganz so doll drin wie in den anderen Hauptwalzen. Das heißt, ihr müsst die weniger rausnehmen, die Haare abstreifen. Das ist insgesamt eine tolle Sache. Auch die Saugleistung hat der Hersteller verbessert. Wir haben zuletzt bei der X1 Serie 5000 Pascal gehabt, was schon sehr, sehr ordentlich ist. Bei der T20 Serie, bei der neuen, sind es nun 6000 Pascal, genau wie beim Roborock. Aktuell Top Level an Saugleistung. Hervorragende Saugleistung. Bei hochflorigen Teppichen mitunter noch ein bisschen schwierig. Da kommt man teilweise um einen Handstaubsauger nicht herum. Grundsätzlich daneben aber eine super Leistung. Für mich ist das insgesamt ein ganz tolles Gesamtpaket. Vor allen Dingen zu einem Preispunkt von UVP 1100 Euro. Denn wenn man sich die X1 Serie anguckt, die ist für 1500 Euro in den Markt gestartet. Der Roborock S8 Pro Ultra liegt auch ungefähr in dem Bereich. Von daher ist diese T20 Serie schon deutlich günstiger. Und es ist eben auch die unvermittliche Preisempfehlung. Es ist davon auszugehen, dass der in einigen Monaten auch dann vielleicht sogar unter 1000 Euro fällt. Und dafür kriegt ihr dann ein tolles Gesamtpaket. Wenn ihr eine Mischung aus Hartböden und Teppichböden habt, dann ist der sogar etwas besser geeignet aus meiner Sicht als der X1. Ihr verzichtet zwar auf das Videoüberwachungssystem, ist aber für die meisten eh nur ein Gimmick. Dafür bekommt ihr diesen Hebelmechanismus der Wischmobs. Und das ist wirklich ein Komfortgewinn. Denn ihr könnt gleichzeitig wischen und saugen. Und müsst eben nicht zwei Reinigungsdurchläufe starten, wo ihr dann einmal saugt und einmal wischt. In der App könnt ihr außerdem einstellen, dass das Gerät Teppiche meiden soll. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr hochflorige Teppiche habt und der Mob würde sich diese berühren. Dann könnt ihr einstellen, dass er sie trotzdem meiden soll. Und ihr könnt auch sagen, dass er Teppiche ignorieren soll. Das ist sinnvoll, wenn ihr Gummimatten im Haus habt. Die werden von dem Gerät nämlich unter Umständen auch als Teppiche wahrgenommen, erkannt. Und ihr könnt diese dann aber trotzdem abwischen lassen. Und das könnt ihr alles in der App einstellen. Also insgesamt hat Ecovacs hier wirklich was Tolles auf den Markt gebracht. Das ist ein super Gesamtpaket mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und eine echte Ansage an die Saugroboter-Oberklasse. Das in aller Kürze zu dem T20 Omni. Weitere Informationen findet ihr natürlich in unserem ausführlichen Testbericht zum Gerät. Und hier auf YouTube findet ihr viele weitere Videos von Netzwelt. Abonniert uns und abonniert auch gerne unsere weiteren Social Media Kanäle auf TikTok, Instagram oder Facebook. Bis dahin, alles Gute. Ciao.